Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Ja, sagen Sie! Hören Sie den Bischofs nicht? Nein, ich bin in Wilm Park Werder! Ressige Aufregung in der Stadt! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben! Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder! Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer! Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt! Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stacke! Ja, ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört! Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stacke! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer! Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder! Ach, Unsinn! Unsinn! Da ist ein Führer, vielleicht ein Führer da! Und wir haben einen Führer da, weiß ich es! Aber ich habe, dass es sich in der Beschreibung gibt!